Ja, dumme erste 20 Minuten mit 0-3, danach war es, glaube ich, okay. Danach sind wir zu Flanken und Abschlüssen gekommen, sodass Gladbach wenig Umschaltesituationen hatte. Wir haben es einfach besser gemacht und haben, glaube ich, auch ein gutes Spiel gezeigt. Aber wenn du natürlich viele Gegentore bekommst, dann ist es schwierig gegen Gladbach zu gewinnen. Also ich kann keinen Vorwurf machen an die Mannschaft. Vielleicht das erste Tor, weil wir zu lange keinen taktischen Foul gemacht haben. Und ja, wir haben zu viel mitgelaufen haben vor dem ersten Tor bei dieser Gegenaktion. Und danach kommt Sonntagsschuss, dann kommt der Elfmeter von den Außenschichter. Dann haben wir das einfach runtergeschluckt. Dann haben wir gut gespielt, 3-1. Halbzeit haben wir gut rausgekommen, 3-2. Wir haben viel investiert. Zum Schluss Gladbach macht eine schöne Kombination. 4-2, ich kann keinen Vorwurf machen an die Mannschaft. Ganzes Spiel, gut gespielt, nach vorne gespielt. Wir haben Schanzen herausgearbeitet, zweimal Aluminium. Und das tut richtig weh. Ich habe selber Fußball gespielt, wenn die Gegner so einfach zur Führung gehen. Sehr schwer. Dadurch bin ich erstmal stolz, weil die Mannschaft hat guter Charakter gezeigt. Sie hat immer wieder nach vorne. Wir haben nicht zusammengebrochen. Wenn du nach 20 Minuten 0-3 hinten liegst, dann ist es schwierig. Aber ich finde trotzdem, dass wir eine tolle Moral wieder gezeigt haben heute. Nach dem Wolfsburg-Spiel. Wieder hier zurückgekommen, gut zurückgekommen. Wir haben gezeigt, dass man uns nie abschreiben darf. Dass es eine tolle Moral in der Truppe ist. Wir wollten dann das 3-2 machen, haben wir eine Halbzeit besprochen. Dann trifft es so ein. Es ist eine Riesenstimmung im Stadion. Die Fans peitschen uns da vorne und dann kriegt man es 4-2. Dann wird es schwierig. Ich denke, die ersten 20 Minuten waren wir nicht so gut. Munch-Klaubbach war besser. Und dann haben sie drei Goal gemacht. Ich denke, das erste war nicht gut, das zweite war für mich kein Penalty. Und das dritte war ein unglaubliches Goal. Aber nach dem nächsten 70 Minuten waren wir viel besser. Wir haben gut Fußball gespielt, 3-1, 3-2. Und dann waren wir nahe zu den 3-3. Aber wenn es an der anderen Seite fällt, dann wird es schwierig zu kommen. Das ist Berlin, das ist Hertha. Hertha, Hertha, Hertha. Das ist Berlin, das ist Hertha. Hertha, Hertha, Hertha. Bis zum nächsten Mal.